Sieben todsichere Methoden, um Schluss zu machen. Sei kreativ! Baby, komm! Baby! Wir spielen ein schönes Spiel. Also pass auf, ich sag alles vor und du sprichst mir einfach nach. Ganz easy, oder? Ja. Okay. Okay, sprich mir nach. Mhm. Ich. Ich. Mach. Mach. Schluss. Schluss. Was? Also ich hab dir nachgesprochen. Du machst Schluss mit mir? Das war doch nur ein Spiel. Du machst Schluss mit mir! Nein! Stell dich tot! Schatz! Ich bin wieder! Schatz! Schatz! Was ist passiert? Steh auf! Wach auf! Wach auf! Oh mein Gott! Die Liebe meines Lebens ist gestorben! Nein! Ich brauche einen Krankenwagen. Ich brauche einen Krankenwagen ganz, ganz dringend in die Sebastianstraße 43. 43a. 43a. Ich brauche ganz, ganz dringend ein... 43a. Es ist ganz, ganz, ganz dringend. Ich kann nach Hause und... Mein Freund liegt auf dem Boden. Bewusstlos. Er atmet... Er atmet auch nicht. Ich glaube, er ist tot. Ich... 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 Ja, aber ich bin nicht doof. Ich bin nicht. Schick ne Katze vor. Schatz, Schatz, guck mal. Ich hab dir eine Überraschung mitgebracht. Oh, du bist so süß. Ach, ist der niedlich. Oh, was bist du denn für ein feiner Kerl. Was hast du denn da? Ich mach Schluss? Stell dich schwul. Hey, ähm, ich wollte zu dir kommen, weil... Also, ich mach mit dir Schluss, aber das hat einen guten Grund, weil ich hab bemerkt, dass... dass ich so richtig, richtig schwul bin. Das trifft sich voll gut eigentlich, weil in Wirklichkeit bin ich... Auch ein Mann und auch schwul. Oh, ja, das ist schade, weil in Wahrheit bin ich nämlich... Eine Frau, die nur auf heterosexuelle Männer steht. Sorry. Das ist ja gar kein Problem, denn... In wirklicher Wahrheit bin ich... Ein heterosexueller Mann. Toll, dann können wir ja zusammenbleiben. Hä? Sei schwul. Hey Baby, ja, ich sag's mal ganz offen raus. Also, ich bin schwul, deswegen hat sich das mit uns eh erledigt. Ach so ist das. Das ist Pierre Jacques-Louis. Mein schwuler bester Freund aus Frankreich. Hallo. Hast du Lust auf ein Baguette? Oh, ich liebe dich! Oh, ja! Oh, ja! Schicken-Doppelgänger. Ich überleg die ganze Zeit, wie ich mit meiner Freundin Schluss machen soll, aber ich weiß nicht wie, ey. Hä? Ich hätt damit gar kein Problem. Kannst du nicht für mich Schluss machen? Wie soll das gehen? Ey, das sieht genauso aus wie ich! Das wird klappen, Alter! Hä, geil! Check wie Check! Hallo, ich bin es André. Und ich mache Schluss? So nicht, mein Freund! Baby, ich bin es! Baby? Baby! Jetzt können wir endlich bumsen! Ja! Mach's dir leicht! Ähm, ich muss mal mit dir reden. Okay. Und zwar wegen, ähm, unserer Beziehung. Ich, du weißt ja, wir sind schon länger zusammen. Oh, ich kann das nicht! Was denn? Sag doch, was? Ach, warte. Du machst mit mir ernsthaft für SMS Schluss? Was soll das heißen? Ja, kannst du das nicht ein bisschen besser verpacken? Äh... Great! Das war es für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lass doch einen Daumen hoch da... ...und wenn nicht, dann nicht! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da...